Hallo und herzlich willkommen zu einer wieder mal neuen Podcast-Folge Betriebsratsarbeit leicht gemacht. Heute zum Thema Freistellungen des Betriebsrats. WAF Betriebsrat heute. Aktuelle Urteile, spannende Fälle und neue Kommentare. Ja, lieber Arne, das ist doch alles ganz einfach, oder? Wie der weiß das? Habe ich in meinem Betrieb zwischen 200 und 500 ständig beschäftigten Arbeitnehmern, dann wird, wenn ich das will, mindestens ein Betriebsratsmitglied freigestellt. Wir sind durch, oder? Hallo. Tja, hallo, hallo, erstmal, ja, 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 sind wir da jetzt durch. Also erstmal sage ich schon mal vorweg, wer was noch näher zur Freistellung wissen möchte, klar, auch hier bei der WAF, Thema Betriebsverfassungsrecht Teil 1. Der Niklas hat hier gerade in Paragraf 38 der Betriebsverfassung zitiert, ja, da kommt schon mal das erste Problem auf, in Betrieben, mit in der Regel 200 und mehr Arbeitnehmern. Wir wollen jetzt ja nicht das Gesetz durchdefinieren. Aber man muss hier schon Unterscheidung machen, auch als Betriebsrat, ja, haben wir eigentlich diesen Anspruch? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Betrieb und Unternehmen? Und die Größe, die erreicht werden muss, ist die Betriebsgröße. Und was heißt in der Regel? Ja, so, und Betrieb und Unternehmen, ich sage es mal ganz platt, Betrieb ist halt der Ort, die Filiale, sage ich mal, der Standort, wo das gewerkelt wird, womit der Unternehmermarkt Geld verdient. Also du würdest jetzt dort deine Schriftsätze schreiben als Anwalt. Genau, wenn du in der Kanzlei bist und zimmerst deine Schriftsätze, ist das der Betrieb? Stellst du irgendwie einen Stuhl her in der Produktion, dann ist das der Betrieb. Das Unternehmen ist der Rechtsträger, also das ist dein Arbeitgeber. Also der Vertragsarbeitgeber. Genau, mit dem du deinen Vertrag hast. Und der Arbeitgeber, die FGmbH, kann ja von diesen, sage ich mal, Produktionsstätten 10 in Deutschland haben oder ist eine überörtliche Kanzlei und hat drei Standorte. Und es ist immer also die Einheit maßgeblich, wo ihr als Betriebsrat von euren Mitarbeitern gewählt wurdet. Und die Größe ist maßgeblich. Nicht, dass du sagst, mein Unternehmen hat ja 800 Mitarbeiter. Ja, das ist wurscht. Wenn dein Betrieb 100 Leute hat, ist erstmal Essig. Und lass mich raten, in der Regel, das ist so eine Art Zauberwort dafür, dass es hier nicht um reine Mathematik gehen soll. Nee, so ein Jahresmittel. Man schaut in die Vergangenheit, man schaut in die Zukunft. Man muss sicherlich eine Prognose dann aufstellen. Wie lange denn? Ich würde sagen, hin und vor ungefähr zwölf Monate. Ich würde so ein Jahr. Aber es ist schon so eine wertende Betrachtung am Ende noch. Also keine reine Esoterik. Also wir können uns nicht völlig lösen hier von den Zahlen. Aber es ist auch kein bloßes Aufaddieren der jetzt hier Beschäftigten. Nee, genau. Es ist wirklich eine Prognose, wie war es in der Vergangenheit, wie ist es in der Zukunft. Und da hast du auch ein Ermessen, was auch nicht korrigiert werden kann. Aber du kannst nicht sagen, wir sind jetzt in den letzten Jahren 30 gewesen. Jetzt sind wir auch gerade 40. Wahrscheinlich wären wir in drei Monaten 300. Also dann würde man sagen, boah, vielleicht doch ein bisschen sportlich. Aber Mittelwert. Ja. Und da kommen diese Staffelwerte im Gesetz. Und du hast gesagt, von 200 bis 500 mal einer von den BRs freigestellt. Und zwar grundsätzlich komplett die. Jetzt will man ja meinen, der Arbeitgeber wird das hassen. Ja. Aber interessanterweise, das stimmt so gar nicht. Nicht immer. Warum? Ich war vor dem Arbeitsgericht in Potsdam und da meinte mein Gegner, der Arbeitgeber, er habe gar nichts hier grundsätzlich, grundsätzlich gegen seine Freistellung. Dann habe ich so ein bisschen nachgebohrt. Ich habe gedacht, ich könnte ihn so ein bisschen provozieren als Arbeitnehmer, Anwalt. Und er meinte im Gegenteil, ich würde das alles gar nicht richtig verstehen. Durch den 38, durch diese Freistellung, würde er von der Pest des 37 Absatz 2 befreit. Ja. Was ist mit der Pest gemeint? Ja, das restliche Geschwerle, was da noch sitzt. Ja, denn wenn du mich nicht freistellst, dann werde ich einfach auf Anlass hin mich selbst freistellen. Und das ist für den Arbeitgeber ja noch blöder, was ich gar nicht mehr planen kann. Das ist die Pest, das andere ist die Cholera. So, und es ist so, dass auch manche Arbeitgeber natürlich verstanden haben, okay, das macht schon auch Sinn. Ich meine, nun ist die Fortschrift nicht für die Arbeitgeber da. Aber es geht ja nicht darum, dass irgendein BR jetzt da im BR-Büro verschwindet und acht Stunden lang am Tag die Füße hochlegt und verschwindet. Und natürlich gibt es auch Arbeitgeber, die so irgendwie meinen. Aber es geht einfach darum, bei so einer Betriebsgröße fällt halt viel an. Ja. Und da will man einmal den BRs, sag ich mal, einen Weg bereiten, um effizienter die Arbeit machen zu können, indem sie sich einfach punktuell mehr auf die Betriebsratsarbeit konzentrieren, als immer mal ein bisschen, bisschen, bisschen. Und auch für den Arbeitgeber besser planen zu können, wer fehlt mir denn jetzt mal und nicht. Weil wenn du, wie du sagst, immer 37 Absatz 2 machst, der dir immer bleibt, ad hoc sich freistellen, wenn ad hoc was anfällt, dann macht es der BR zur Not. Betriebsratsarbeit, Jobfreizeit, bumm. Nur der Arbeitgeber weiß davon gar nichts. Und dann muss er gucken, wie er seine Arbeitspläne umstellt. Das wird noch schwieriger. Also beides bedingt sich das nicht. Arne, ich bin immer noch so bei der Rechnerei, bei der Mathematik, bei diesem komischen Schwellenwert, bei diesen Staffelwerten. Du hast noch einen Kalkuler, du denkst bitte dran. Du hast deine Lesebrille auf. Ja, aber wir sehen so schnell aus. Deswegen lass uns noch mal genau hinschauen. Also ich habe das richtig verstanden. Auch die Teilzeitbeschäftigten zum Beispiel zählen da mit. Mit 1,0. So Jugendliche oder so auch. Das sind alles Kollektivarbeit. Leiharbeitnehmer auch. Es geht um diese betriebliche Größe, hast du zu Recht gesagt. Nicht um irgendeine Unternehmensgröße. Und die Sache ist auch, das ist so ein bisschen tricky, das ist auch nicht notwendig bezogen auf die gesamte Amtszeit. Im Gegenteil. Also wenn die Betriebsgröße hier bezogen auf die Arbeitnehmer sich erhöht, kann man auch über eine Freistellung oder eine weitere Freistellung oder so wieder neu nachdenken. Und auch umgekehrt natürlich. Ach so geht es auch. Leider ja. Es ist immer in diesem Entscheidungsfall. Und wenn es natürlich jetzt in der Regel, es dauerhaft in der Regel da drunter fällt, dann wäre es halt auch mal wieder weg vom Fenster. Aber gut. Jetzt Arne wirst du was sagen, wo ich draußen bin. Du wirst jetzt etwas ganz Krasses sagen gleich. Und ich weiß schon, was du sagen wirst. A Quadrat plus B quasi C Quadrat. Fast etwas, was für Leute die Mathematik hassen. Fast so Schlimmes wie das. Du wirst jetzt sagen, wer hier freigestellt wird und wer nicht. Das kann nicht einfach irgendwie entschieden werden. Du wirst sagen, da muss stattfinden. Und da bin ich draußen. Eine Wahl. Ja. Ja, bitte. Kinder, das war es. Niklas, du bleibst hier. Die Ketten gehen noch. Doch, ja. Nee. Ihr guckt bitte auch mal in den Paragraphen 38. Und wenn du in Paragraph 38 Absatz 2 reinschaust. Ich darf mal den Gesetzestext vorlesen. Die freizustellenden Betriebsratsmitglieder werden nach Beratung mit dem Arbeitgeber zuvor. Und jetzt kommt vom BR aus seinem Mittag raus. Jetzt kommt es bitte in geheimer Wahl. Und dann auch noch die Grundsätze der Verhältniswahl gewählt. Liebe Zuhörer, der Kollege linzt hier durch seine Lesebrille. Es ist eine Freude. Und jetzt denkt man sich, verdammte Axt. Jetzt habe ich gerade das Wahlverfahren hinter mir. Ich war im Wahlverstand. Ich war kurz davor, mich umzubringen. Jetzt ist die Wahl wenigstens rum. Anfechtung zwei Wochen auch. Jetzt kommt der Hund schon wieder um die Ecke. Ja. Wieder listen. So. Aber es macht irgendwie Sinn. Ich meine, wir haben es selten, dass man im BR geheim abstimmen muss. Ganz, ganz selten. Die Fälle stehen im Gesetz dann drin. Wir haben jetzt hier einen Fall mit den Freistellungen. Ich darf einen zweiten nennen. Auch ein schönes Thema, was ich gerne mag. Die Ausschüsse nach Paragraph 28 der Betriebsverfassung, Stichwort Personalausschuss zum Beispiel. Auch da muss man bitte geheim. Warum soll das auch so sein? Gerade, ich meine, du stehst im Gesetz. Und ich kenne auch gerade bei den Ausschüssen, dass viele sagen, aber wir haben gesagt, wir machen das offen. Wir wollen nicht so steif sein. Bitte, du kannst dich nicht über das Gesetz stellen. Und der Hintergrund der Geheimwahl ist das, eigentlich hat der Wähler ja den ganzen BR gewählt, geheim, um gemeinschaftlich das und das zu machen. Alle zusammen. Bei den Ausschüssen nach 20, dieser kleine Taskforce, die man jetzt anstelle des BRs gründet, oder hier bei den Freistellungen, die Leute werden sich ja überwiegend jetzt mit der ganzen BR-Arbeit auseinandersetzen, nicht alles, aber viel. Aber der Wähler hat alle gewählt. Da soll praktisch wie die Wahl der BR-Kombo so auch es für Einzelne gelten. Also du sagst, es ist eine schöne Erklärung, du sagst, es geht hier gar nicht so darum, den Betriebsräten das Leben schwer zu machen. Im Grunde sagst du, das ist hier ein Gebot der Demokratie, dass auch innerhalb des Betriebsrats, was diese Ausschüsse angeht, oder eben hier auch die Freistellungen, die Mehrheitsverhältnisse gewahrt werden. Und das erreichen wir nur über eine Wahl. Ja, das ist der Hintergrund. Natürlich für den juristischen Leihen. Also für Betriebsräte, auch wenn du seit 15 Jahren BR bist, klingt das erstmal so, ich sag mal, spinnen die oder was? Wir sind doch keine Profis, was wollen wir mit Geheim und so einem Quatsch? Ja, aber das hat mit unserem Demokratieverständnis zu tun. Und jetzt weiß man es, jetzt haben wir es gesagt, und jetzt heißt es Verhältniswahl. Also eigentlich Liste. Das gleiche in grün wie bei der Wahl. Oder jetzt kommt die Ausnahme. Es sei denn, wenn es nur einen Wahlvorschlag gibt, dann bleibt es trotzdem geheim, auch wenn nur einer freigestellt werden soll. Das Ergebnis ist nicht so spannend nachher, aber es nützt nichts. Bloß dann hätten wir praktisch Mehrheitswahl. Also dann wählt man halt auch die Person und nicht nur diese Liste. Aber da ist wie bei der Wahl eine Parallele. Das muss man hier bitte beachten. Aber wäre es denn nicht viel einfacher, wenn der Betriebsratsvorsitzende, der ist ja auch gewählt. Der muss ja auch gewählt werden. Aber offen. Ja, das stimmt. Ja, das ist auch der Unterschied. Dass einfach der zwingend immer, könnte man das nicht so regeln, dass der immer freizustellen ist. Man könnte es vielleicht so regeln, aber so ist es nicht geregelt. So ist es nicht geregelt. Es ist schon in der Praxis oft so, dass oft auch BRVs die Freistellung machen, weil wer schreit denn danach, ich mache jetzt zu Förders nur noch BR. Das sind ja nun nicht gerade jeder, der im Betriebsrat reingewählt wurde. Und von daher trifft es oft BRVs. Aber es muss natürlich gar nichts sein. Natürlich gibt es auch natürlich viele Freistellungen, wo eben nicht der BRV dran ist, weil er schon ganz andere Sachen an der Backe hat. Und sagt ja, die Freistellungen auch noch brauche ich nicht. Es langt nicht eine. Okay, habe ich verstanden. Aber ich bin jetzt mal der Arbeitgeber hier. Du weißt, ich bin der Einzige hier im Aufnahmestudio, der eine Krawatte trägt. Nur aus dieser Rolle heraus. Jawohl. Also die Chefrolle, die steht mir irgendwie zu. Und ich sage dir jetzt, du bist der Betriebsratsvorsitzende. Du sagst, die Freistellung steht mir zu. Es gab hier eine Wahl, lieber Chef. Ich informiere dich darüber. Und ich sage, Arne, also im Vertrauen, das läuft so nicht. Ich komme mit jedem freigestellten Betriebsratsmitglied zurecht. Aber nicht mit Arne Schrein. Ja, irgendwie. Da sagst du, heul doch. Früher gab es doch in den Studios hier der WF noch so ein Schildchen mit heul doch. Die gibt es jetzt irgendwie auch, aber irgendwie kann man die nicht mehr so lesen. Ja, das hätte ich wahrscheinlich gesagt, aber da wäre ich leider falsch gewickelt gewesen. Denn auch der 38 sagt es ja in Absatz 2, nicht nur diese geheime Wahl, sondern nach vorheriger Beratung mit dem Arbeitgeber. Und die ist zwingend. Ja. Und das heißt, ich kann dir in der Beratung mal als dein Chef mal so richtig sagen, was ich eigentlich halte, ja von der freizustellenden Person. Im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit kannst du mir das dann sagen, was du davon hältst. Nur, es ist so, man muss da eine Vereinbarung erstmal treffen. Das macht der Gesetzgeber auch aus, finde ich, guten Grund, weil du fehlst ja dann. Weil der Gesetzgeber geht ja eigentlich von der vollen Freistellung auch aus, auch wenn es Teilfreistellungen gibt, das sagt das Gesetz auch. Aber du fehlst ja dann zur Not ganz. Und da soll natürlich der Arbeitgeber, weil die Arbeitskraft komplett fehlt, schon auch noch einen Finger drauf haben, wen kann ich jetzt am leichtesten noch verkraften. Aber es bleibt auch nicht nur bei seiner Meinung. Und jetzt hast du gesagt, du spielst den Arbeitgeber. Ich spiele gerne hier den Betriebsrat an. Da würde ich sagen, ja, Herr Chef, also wenn es Ihnen nicht taugt, dass ich da gehe und Sie wollen jemand anders, dann ist ja in Ordnung. Dann machen Sie doch was. Und nicht nur einfach nö sagen, was müsstest du jetzt machen, Niklas? Sag das nicht, oder? Doch, doch, doch. Ich muss dir jetzt auf Knien, nachdem unsere Verhandlungen ja gescheitert sind, vor das Arbeitsgericht gehen. Na, das wäre doch schön. Vor die Einigung. Richtig. Ich bin tot. So, also lass es lieber und mach das, was ich sage. Also, das sagt der 38er, dann müsste der Arbeitgeber, um diese Frage zu klären, die Einigungsstelle anrufen. Okay, meine Krawatte ziehe ich aus hier. Ja, und jeder, der hier schon ein bisschen mal Podcasts und Videos gehört hat und gesehen hat, der auf Schulung war, der Werf weiß, die Schlichtung ist von den Preisen her natürlich angemessen, aber teuer. Und zeitaufwendig. Und zeitaufwendig. Und um das deswegen zu klären und dann, selbst wenn wir sagen, er wäre bereit, Niklas, ich frage mal, du bist natürlich immer total fix, ist klar, aber kann man sich jetzt da als Arbeitgeber monatelang Zeit lassen, um mal zu sagen, wir klären das dann bei der Schlichtung, ich muss halt noch ein bisschen überlegen, dann zieht man es so in die Länge und nach dem Dreifeljahr sagt der Arbeitgeber, jetzt gehen wir mal in die Schlichtung. Das ist ausgeschlossen. Es muss unverzüglich geschehen, also schnellstmöglich, es muss gehandelt werden. Der Arbeitgeber kann das nicht in die Länge ziehen, es sind zwei Wochen. Nur zwei Wochen. Zwei Wochen, das ist wahnsinnig kurz, das steht auch im Gesetz drin und wenn er innerhalb von zwei Wochen dann die Schlichtung nicht angerufen hat, dann gilt das, was der BR geheimnisiert. Also es ist völlig falsch, was ich vor dem Arbeitsgericht Potsdam erfahren habe, der 38 ist auch die Pest aus Arbeitgebersicht. Ja, wenn man so will, ja, weil natürlich immer klar die Einigungsstelle, aber es macht ja Sinn, weil es geht ja gar nicht darum, dass man hier gesagt hätte, Freistellung gibt es gar nicht. Hier ging es ja nicht um das Ob, sondern um das Wie. Und für diese Wie-Fragen, also diese Vermittlerfragen, da ist eben die Einigungsstelle für zuständiges Arbeitsgericht. Arne, ich habe jetzt einen Anschlag auf dich vor. Wir haben ja genug Abstand, ja. Du musst mir jetzt eine Frage stellen und du ahnst, welche Frage du mir stellen musst. Was ist das wieder mit der SBV zu tun? Ja, oh Leute, wir haben nicht geübt. Ja, das muss man mal sagen. Aber es läuft. Ja, was denn jetzt? Ja, ich bitte unsere Zuhörer wissen das. Ich bin schwerbehinderten Arbeitsrechtler. Das heißt, ich kenne mich mit Betriebsräten einen Tick aus, nicht so gut wie der Arne. Ich kenne mich mit der SBV einen Tick besser aus. Das stimmt. Und auch die kann freigestellt werden auf eigenen Wunsch. Ist alles gar nicht so einfach, denn die SBV ist, du weißt das, eine Ein-Personen-Vertretung. Nämlich die Vertrauensperson selbst, die wird auf ihren Wunsch hin dann vom Arbeitgeber freigestellt, wenn es wenigstens 100 schwerbehinderte Menschen im Betrieb gibt. Und es muss wieder verlangt werden. Das steht in Paragrafen 179 Absatz 4 Satz 2 SGB IX. Und warum rede ich hier von Anschlag? Es gibt neben dieser Parallelvorschrift der Freistellung eine weitere Vorschrift, die ist ein bisschen unbekannter, die ist aber irgendwie attraktiver, die ist fast sexy. Oh, jetzt aber. Welche ist es denn? Das ist der Paragraf 178 Absatz 1 Satz 3 SGB IX. Da steht drin, wenn ich hier die Vertrauensperson bin und der Arne ist das stellvertretende Mitglied der SBV mit der höchsten Stimmzahl, dann kann ich meinen Freund, den Arne, heranziehen für einzelne Aufgaben, für einzelne Projekte. Ich muss den Arbeitgeber darüber unterrichten und dann sind wir zwei endlich ein Team. Bisher war ich ja ein Loner hier als SBV, eine Ein-Personen-Vertretung. Jetzt sind wir ein verdammtes Team und das ist mir gestattet, wenn ich mehr als 100 schwerbehinderte Menschen im Betrieb habe. Neben der Freistellung, die ich auch beanspruchen kann. Aber ich hätte dann keinen Freistellungsanspruch. Nee, du bist dann mein Zwerg. Ich bin der Verdammte Riense. Ich bin der Verdammte Riense. So wie du es dir immer wünschst. Genau, jawohl. Und ich kann dir endlich Aufträge erteilen. Und das Coole ist, ich kann sie dir auch wieder entziehen. Jawohl, jederzeit. Ja klar. Okay, auch schön. Und dann noch etwas, und zwar, ihr wisst für, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Betriebsräte, da haben wir ja sowas wie diesen Entgeltschutz, die wirtschaftliche Absicherung, Absicherung, den Versetzungsschutz und so weiter. Es geht um 37 4 und 37 Absatz 5 der Betriebsverfassung. Und das geht für, in Anführungsstrichen, normale BRs, die nicht freigestellt sind, sogar bis ein Jahr nach Amtszeitende. Jetzt haben wir eine Sondervorschrift für die Freistellung, Paragraf 38 Absatz 3 der Betriebsverfassung. Falls, bitte festhalten, ja, das gibt es auch, falls Betriebsräte drei volle Amtszeiten oder mehr komplett freigestellt waren. Das gibt es durchaus. Zwölf Jahre plus. Das gibt es, ja. Also ich weiß noch, vor eineinhalb Jahren oder was war es, da habe ich mal ein Seminar gehalten für freigestellte Betriebsräte. Gibt es freigestellte Betriebsräte, Teil 1, 2, 3 oder irgendwas? Die Silberrücken, sagen wir. Ja, das Treffen der Silberrücken, selbstverständlich. Da sind ja auch alle am ersten Tag mit, auch wie du mit Anzug da und Laptop, ja, und am zweiten Tag werden sie locker und haben sie auch ein normales T-Shirt an und dann geht es. Na jedenfalls, alles gut. Und dann ist es so, da waren der oder die Freigestellte, die am wenigsten lang freigestellt war, war wirklich so um die 6, 7, 8 Jahre. Und der am längsten oder sie freigestellt war, da waren wir schon fast bei drei Jahrzehnten. Also der ist jetzt kurz vor der Rente. Und da sagt das Gesetz, dass dann dieser Schutz, wenn das mal enden sollte, man muss ja wieder Betriebsrat überhaupt mal wählen, man muss auch wieder neu bestimmt werden und so weiter, dass dann dieser Schutz nicht nur ein Jahr bis am Z-Ende geht, sondern sogar bis zu zwei Jahre danach. Weil man ja auch sehr lange dann raus ist. Das heißt, auch im Nachgang kann ich mich so richtig daneben mitnehmen, wenn ich das wollte. Angemessen bis zur Grenze, fristlose Kündigung. Aber der Schutz ist da. Nur jetzt will ich noch was dazu sagen, mit der Fallstellung selber, ist das für einen jetzt sinnvoll oder nicht? Ganz schwieriges Kapitel. Schwierig, ich finde es schwierig. Ich sage immer, das muss natürlich logischerweise der Betriebsrat, der sich freistellen lassen will, natürlich selbst entscheiden. Meine Empfehlung wäre grundsätzlich eher, erst mal mit einer Teilfreistellung ins Auge zu fassen, damit man nicht so ganz aus dem Job rauskommt. Aber ich sage immer, es muss jeder für sich wissen, wenn ich mal länger komplett freigestellt bin und dann wieder in den Job zurückkomme, wie kann ich es für mich einschätzen, ob ich wieder anknüpfen kann nach einer gewissen Zeit oder nicht. Und ich hatte mal ein, eigentlich darf ich noch eins sagen, Niklas, und ich mache es einfach. Aber gleich, du bist gleich wieder dran. Ich hatte mal in einem Seminar einen freigestellten Betriebsrat, der war Busfahrer. Der ist Linie gefahren, hat Kinder mit zum Reisebus über die Käffer zur Schule und der war jetzt sechs Jahre komplett freigestellt. Und da habe ich gesagt, ich will mir nicht anmaßen, zu sagen, ob man dann nach 18 Jahren wieder gut reinkommt oder nicht, sag du es mal. Und dann hat er gesagt, Arne, also Busfahren ist so wie Fahrradfahren. Einmal gelernt, das vergisst man nicht. Selbst wenn ich jetzt in vier, fünf Jahren nicht mehr freigestellt bin, dann muss ich vielleicht mal so einen Fahrkurs machen an der Fahrschule, vielleicht gibt es ein paar neue Verkehrszeichen, vielleicht gibt es mal irgendwie einen neuen Hebel am Bus, aber dass ich gar nicht mehr fahren könnte. Weißt du, was ich deinem Busfahrer entgegenhalten würde? Jetzt. Und das sind so meine Bedenken. Ich weiß nicht, ob die jetzt auf den Busfahrer zutreffen, aber der Arbeitgeber muss mir doch irgendwann, und auch das muss mit berücksichtigt werden, ein Zeugnis erteilen. So, Niklas, jetzt hast du mich, und zwar, weil ich bin ja so ein bisschen hier wie der BAG-Papst, so wie du der BEM-Papst bist und für die SBV. Ich komme selten ohne BAG-Rechtsprechung aus, und wenn du jetzt das Thema Zeugnis bringst, ja, da gibt es ein BAG-Urteil. Das ist unglaublich, das war nicht abgesprochen. Das war nicht abgesprochen. Nein, das ist doch das Schöne. Ich finde auch, das geht auch ad hoc spontan viel besser. Aber ja, es gibt ein BAG-Urteil, und normalerweise darf natürlich die BR-Tätigkeit Zeugnis nicht erwähnt werden, weil es nicht unbedingt immer ein Beförderungsschein ist. Also Beförderung im Sinne von höher zu, also höher zu wandern in der Hierarchie. Aber es gab mal einen Fall, da war ein Mitarbeiter eben Betriebsrat, und er war jetzt seit zehn, elf Jahren da. Von diesen zehn, elf Jahren insgesamt war er jetzt aber die letzten sieben oder acht Jahre oder was ähnliches komplett freigestellt. Also der hat die ersten drei Jahre gearbeitet und die restlichen acht halt sein Ehrenamt. Was soll der Arbeitgeber da reinschreiben in das Zeugnis? Und jetzt hat er reingeschrieben, der Arbeitgeber, eine Klausel für Betriebsratstätigkeit, so, und dann war der Arbeitnehmer dagegen, so raus mit dem Quatsch, was soll das, ich will mich noch mal was bewerben. Er hat es aber drin gelassen und das ging bis zum BRG wegen Zeugnisberichtigung. Und da sagt das BRG, nee, also wenn man dann doch so eine erheblich lange Zeit komplett freigestellt war, weil der Arbeitgeber hat mit dem Zeugnis auch eine Wahrheitspflicht dem neuen Arbeitgeber gegenüber. Wenn der jetzt nur lügen müsste, oder was erfinden, oder so, geht nicht. Was du alles doll gemacht hast und nachher kannst du überhaupt nichts mehr, dann macht es sich noch schadenersatzpflichtig. Also da bitte auch aufpassen bei längeren, kompletten Freistellungen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Also hier BRG-Papst, das ist deine Rolle, aber ich kenne das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. Respekt. Nimm das. Nimm das. Nimm das. Vergiss Erfurt. Und die haben immerhin ausgeurteilt, das ist nicht so lange her, dass der Arbeitgeber erstens, wie du sagst, nicht lügen darf, dass das also notfalls dann frei zu bleiben hat. Aber vor allem auch, und das tut mir so einen Tick leid, dass der Arbeitnehmer kein Recht darauf habe, dass ihm gleichsam zwei Zeugnisse erteilt würden. Ja, eins für die Deutsche Bank, wo du dich bewerben willst, ohne Betriebsratsbemerkung. Und eins für die DRF, wo der Betriebsrat drin zu stehen habe. Das geht nicht. Entscheide dich. Das ist der mir bis dahin unbekannt gewesene Grundsatz der Zeugnis. Einheitlichkeit. Das heißt, diese Freistellung ist eine tolle Sache. Ist wirklich eine tolle Sache, aber sie hat doch auch ein paar Haken und Losen. Ja, muss man da schon aufpassen. Genau, also Zeugnis und nicht zu arg aus dem Job rauskommen. Aber ansonsten ist es schön. Und ich will es jetzt gar nicht am Schluss noch da jetzt irgendwie, ich will das wirklich nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich habe schon auch ein paar Mandanten und das ist auch alles legitim, die nehmen das so ein bisschen, wenn man sich auch komplett freistellt, manchmal so ein bisschen als ein spezielles Altersteilzeitprogramm. Ja. Die sind jetzt, sag ich mal, in der Produktion gewesen, war ein Betriebsrat, nein, nein, ich finde alles gut, war ein Betriebsrat, haben immer ihren Job gemacht, schwer gearbeitet, dann die Seminare besucht und sich für die Arbeitnehmerschaft eingesetzt und man hat auch gesehen, der Mitarbeiter, der kann da auch arbeiten. Das muss er denn nochmal jetzt zehn Jahre beweisen. Und vielleicht in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, bevor es dann in die Rente geht, sagt man sich, Mensch, ich möchte mich nochmal für die Arbeitnehmer einsetzen. Ich habe so viel Lebenserfahrung, Berufserfahrung, auch die Erfahrung im BR-Amt und das möchte ich jetzt noch mehr einbringen, als immer nur so zwischen Tür und Angel. Ich klinke mich da aus, wenn es geht, ich setze mich jetzt für die Arbeitnehmerinteressen ein und meinen Job, den kann jetzt wirklich gelinde irgendjemand anders machen, das brauche ich niemandem zu zeigen, dass ich es kann. Und das finde ich auch legitim, für die, die es möchten. Für die, die es möchten, für das legitim. Ja, absolut legitim. Umgekehrt als Arbeitgeber, wenn ich wieder die Krawatte anhabe, dann gäbe es schon noch eine Gefahr, die auch berücksichtigt werden muss. Ich könnte schnell sagen, weißt du, Arne, du bist ja der Freigestellte. Das habe ich jetzt irgendwie geschluckt, ja. Aber jetzt rede ich auch hier wirklich nur noch, das ist auch eine tatsächliche Gefahr, wirklich nur noch mit dir. Und dass der Niklas hier auch im Betriebsrat sitzt, ne. Und ja, auch für das Gremium etwas vorzubereiten und zu bearbeiten hat, das interessiert mich da nicht mehr. Wir haben ja diese eine freigestellte Person. Und darauf darf sich der Betriebsrat natürlich nicht einlassen. Natürlich nicht. Es ist wirklich, nehmt wirklich der 38er, sagt lediglich, ihr habt jetzt von mir aus eure, was weiß denn ich, 9er, 11er, 13er Kombo und so weiter. Und es soll einfach BR und Arbeitgeber möglichst leichter gemacht werden, das etwas ökonomischer zu gestalten. Und deswegen wird der freigestellt. Natürlich haben die anderen BRs, die üben auch ihr Ehrenamt noch aus und die lassen sich auch dann am Bock freistellen. Die müssen auch dann zusammen einen Beschluss machen. Der Freigestellte entscheidet ja nicht allein. Er ist nicht das Gremium. Aber wenn unser Podcast jetzt noch länger dauert, dann muss ich mich hier freistellen lassen. Von meinem Kanzlei pflichtig. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir nicht. Ja gut. Ne, ich sehe auch, mein Honorarum ist auch abgelaufen. Dann lassen wir es jetzt. Also ihr denkt an die Freistellung, schöne Sache, aber mit den Knackpunkten, die wir erwähnt haben. Ihr denkt auch noch an die Seminare Betriebsverfassung Teil 1, wo das auch mal in der Freistellung noch ein bisschen besser behandelt wird und ausführlicher. Ja, dann würde ich sagen, dann lassen wir es für heute. Und wir machen hier wieder mal die Heizung an, oder? Also, macht's gut da draußen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020